Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Event präsentieren. Heute geht es nämlich wieder um die Paragon-Kisten. Mittlerweile habe ich mir nämlich wieder insgesamt sechs Stück zusammengefarmt, beziehungsweise noch keine sechs im Momentar, aber ich habe schon wieder ein bisschen was vorbereitet vom Ruf und ich hoffe, dass ich ein bisschen Loot drin habe und ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein. Und zwar gucken wir am Anfang mal die altgebundenen. Ah, shit, die erste Kiste war nix, aber ich habe einen Haufen Gold- und Dienstmedaillen gekriegt und jetzt kann ich mir hier tatsächlich gleich schon noch eine holen. Ja, genau, da haben wir noch eine Kiste, die können wir dann auch gleich nochmal aufmachen. Nummer zwei war auch nichts. Dann schauen wir mal Zanelari-Imperium. Okay, die dritte Kiste war auch nichts. Jetzt habe ich, ähm, ja, noch drei weitere. Ich hoffe, dass dort was drin ist. Ich brauche unbedingt noch das Toy, vor allem von den Torsolanern. Und von den Woldunai brauche ich auch noch das Toy. Da gibt es, glaube ich, sogar zwei, ne? Schauen wir mal. Ich habe wieder nichts gekriegt, okay. Talanji-Expedition. Wieder nix. So, jetzt haben wir noch eine Kiste, drückt mir die Daumen. Ach, dammit, ich habe das Rezept gekriegt. Ja, das kann ich schon brauchen, aber das Toy wäre mir lieber gewesen. Ach, schade, ne? Schade, schade. Nur ich, aus sechs Kisten ein einziges Item rausgekriegt und zwar das Toy. Das ist jetzt nicht ganz so prickelnd. Gut, ja, besser als nichts. Ich hoffe, ich kriege dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen besseren Loot raus. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann wieder. Schreibt mir gerne, ob ihr schon irgendwas an den Toys habt, dass ich wenigstens dran glauben kann, dass es so gibt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.